Hallo John-Sinkler-Fans, hier ist Ihren Rolf Hill und diesmal zusammen mit dem lieben Spiky. Ja, Spiky ist tatsächlich dieses Mal etwas passender für das neueste Recap-Video, weil es geht um Band 2383 mittlerweile mit dem Titel Werwolfliebe. Jawohl, Werwolfliebe, der neue John-Sinkler-Roman, geschrieben von Marlene Klein. Und es geht um Paula Bix. Jawohl, wer hätte das gedacht? Wer erinnert sich noch an Paula Bix? Paula Bix ist die Wehrwölfin aus Band 2317, Wolfswinter. Der Profiler Sean Harold Bix hat damals behauptet, ein Wehrwolf zu sein, der seine Frau getötet hat. Aber es war seine Tochter Paula. Und die treibt jetzt offensichtlich in der Nähe von Genf, in den Schweizer Alpen, an der Nähe der französischen Grenze ihr Unwesen. Und sie hat sich dort in einen Bergbauern verliebt. Und John Sinkler kommt hier auf die Schliche, weil sie in Gestalt eines Werwolfs einen Diplomatensohn aus England gerissen hat. Ja, was Paula Bix allerdings in diesem Roman plant und wie John Sinkler mit ihr fertig wird, ob er sie dieses Mal schnappt, das müsst ihr wie immer selber lesen in dem neuen John-Sinkler-Roman von Marlene Klein, Werwolfliebe. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss!